Das Spielplatz für große oder auch nicht ganz so große. Ein Disco oder Club mit einem Pool ist natürlich auch ein bisschen Stress und Polizei und Schäden und war ein Wahnsinn. Das kennt man ja schon, also für mich war das damals jetzt nicht so, wow, cool, da müssen wir sofort einen Club machen. Das erste Mal, da hieß das noch gar nicht Bratesauna. Ich erinnere mich hier und dachte mir, dieses Platz ist einfach so tief. Ein Spielplatz für große oder auch nicht ganz so große. Ein Disco oder ein Club mit einem Pool ist natürlich super. Das kann man jetzt hier auch ganz offen sagen, wir hatten keine Genehmigung. Die wollten sich selber ihr Wohnzimmer vergrößern und irgendwas haben, wo man dann alle einladen kann und wo es dann wurscht ist, wenn es hin wird. Naja, es ist eine neue Art von Professionalität erschaffen worden, würde ich sagen, in der Patesauna. Wir haben uns hier einfach alle begegnet, so wie wir sind. Weil es eben nicht nur um Kohle verdienen geht, sondern einfach um die Feiererei. Das hat dir so angefallen. Könnte wild werden. Könnte wild werden.